Bist du oben? Also genau, genau dann drunter sind wir oder was? Hier bin, hier wo ich jetzt stehe, sind wir genau drunter. Ich grab mich da jetzt grad mal nach oben. Ich guck mal, weil das hier noch schönes gibt. Boah, noch mehr Eisen, krass. Und da ist auch noch Eisen. Und ne Höhle. Boah, diese Begeisterung. Ich freu mich. Soll ich nicht mal das Neta-Portal hier runterziehen, vielleicht? Nö. Warum? Weil, wegen ist so. Ne, das wäre doch gar nicht so doof, wenn das hier unten wäre. Du hast doch gar nicht mehr Spitzhage genug. Doch, natürlich. Damit könnte ich noch dreimal das Obsidian-Ding abbauen. Meinst du? Meine ich nicht, weiß ich. Boah, wie viel Eisen. So, ich kram, ich buddel mich mal eben ins Headquarter. Es sind nur 30 Blöcke. Hauptsache, mir kommt erst mal. Genau! Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, was mir entgegen kam? Wasser. Ne. Ein Zbombie. Gravel. Super! Oh ne, Alter. Ich will meinen ganzen Scheiß hier wieder aufsammeln. Was ist denn das jetzt hier? Ach da. Und da oben ist ne Höhle. Gefunden? Ich betreibe mal ein bisschen Hüllenforschung, ne? Das machst du ja gerne. Warte, ich komme mal mit. Und Eisen. Oh, jetzt erstmal hier ein bisschen Licht machen. Nicht, dass wir jetzt gleich irgendwas... Ich spore mich mal zu dir, weil ich finde dich sonst nicht. Boah, hallo? Und da ist irgendwie Licht. Warum ist da Licht? Weil es da rausgeht. Ne, da ist Lava. Ich denke mal, weil da Lava. Ja, Lava knistert. Ich gehe aber mal erstmal hier da die Erd zu holen. Oh Gott, hier oben ist schon wieder rechts oder links. Oh Gott. Das ist jetzt ne... Ne Monsterhülle. Wir kommen nicht mehr nach Hause. Wir werden die sterben. Es soll vorkommen. Achso, du bist ja schon hier gestorben. Stimmt, ich bin scheintot. Hat man sich da nicht drauf geeinigt? Du bist auf jeden Fall der Cliffhanger-Experte. Genau. Du weißt, wie man anständig von den Hügeln springt. Und von Bäumen. Oh, hier geht's sogar in drei Richtungen. Na, schöne Scheiße. Und ich höre einen Zwombi. Kohle und Eisen. So. Oh, ne, die Spitzhacke. Äh, da. Es wird nachher eh so kommen, dass wir uns einfach geradewegs nach oben graben müssen, weil wir ihn nirgendwo mehr hinfinden. Hm. Was mich allerdings ein bisschen ärgert ist, dass wir halt immer noch keine Diamanten gefunden haben. Aber noch keinen einzigen. Nee, deswegen. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben jetzt so viel Eisen, ne? Da können wir ja jetzt... Können wir ja jetzt quasi eine Party veranstalten mit. So eine Eisenparty. Die ganzen Eisenblöcke alle in den Pfanne und dann schön drin schwimmen. Mit Babes. Jo. Boah, noch mehr Eisen und noch mehr Höhle und noch mehr Wasser und endlich wieder Kohle. So langsam nehme ich dir den Spruch sogar ab. Ja, ich freue mich, Herr Kohle. Der kommt dann zu Bingo. So. Ich darf nur nicht irgendwie sterben, weil deswegen so viel... Eisen, wenn ich in der Tasche habe, jetzt... Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn. Ich habe 41. Ich habe... 57. Und 7 Gold. Gold habe ich 13. Juhu, Eisen. Und zwar ganz schön viel. Acht Blöcke. Boah, was eine Riesenhöhle. Na, so riesig. Die hat viele Sackgassen hier. Von den drei Abzweigungen sind zwei Sackgassen. Äh, ja, also ich bin ja jetzt ein Stück weiter gegangen noch. Ich muss auf jeden Fall langsam, glaube ich, mal zurück. Ach, da bist du ja. Ha. Ich denke, was kommt da angeflogen? Oh, da geht es noch weit runter. Oh Gott, wir müssen mal gucken, dass wir mal irgendwo eine Kiste hinpflanzen, ey. Da gibt es bestimmt... Diamanten. Ja, boah, krass. Ach, da ist noch eine Spalte. Ach, leck mich am Arsch. Da unten ist Obsidian. Ach, wie ist das? Das ist noch so eine Spalte. Da ist Obsidian. Obsidian. Ja, also Dia fände ich ja jetzt toller. Diamanten. Ich sehe Diamanten. Okay, nein, das war... Das war jetzt ein Fail. Kommst du mit, den Wasserfall hinab? Wir bräuchten jetzt hier eine Kiste. Ja, ich habe das Holz ja umgelassen. Scheiße. Scheiße. Egal, komm. Drauf geschissen. Nee, auf die Spalte meinst du? Ah. Äh. Ich bin sowas von scheiß tot. Und hier ist Eisen. Da droh ich mal ab, da hat mir Drohner gespült. Ich bin unten. Ich muss erst mal hier Eisen abbauen. So schön unterm Wasserfall. Kommst du runter? Ich sehe dich gar nicht da oben, ey. Das ist ja echt die Härte. Ach, das war Gravel. Mach da oben mal die Fackel an die Wand. Das finden wir da gar nicht mehr hoch. Oh Gott, die sehe ich nur so durchschimmern. Na ja, immerhin. Ich kann ja mal einfach noch ein bisschen hochschwimmen hier und hier da oben da ist noch Sand. Oh nein, 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 nein. Das scheiß Wasser treibt mich nicht die Lager. Warum ist da Sand? Ich glaube, da geht's raus. Ja, da ist Wasser drüber. Und zwar immens viel. Da ist so ein See. So eine Art See ist da. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Ersuche. Jupp, und ich gehe mal gucken, wo wir da rauskommen. Ziemlich nah bei uns... Im Sumpf. Dort. Es ist ein See. Beim Sumpf. In der Nähe von unserer... Oh, 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 oh. Gerade so eben. Scheiße, ich habe keine Fackeln mehr. Und hier unten ist Gold, alles. Wo bist du? Ach, der ist in der Nähe vom Dingens. Vom, äh, vom Headquarter. Ja, aber richtig, das sage ich ja. Ich habe ja die Minimap. Ja, ja, du, deiner scheiß Minimap. Ach, warte mal, ich kann doch jetzt mal zum Headquarter laufen und... Holz holen. Genau. Und dann kannst du da wieder reinkommen. So. Glaub ich hier überhaupt richtig hier? Irgendwie. Hallo? Ach, da ist das Portal. Tralala. Das ist genau 100 Meter entfernt. Also durch die Höhle findest du nie wieder hierher. Kann ich dir jetzt schon sagen. So oft, wie wir da irgendeine Verzweigung abgebogen sind. Ja, ich habe hier auch eine Fackel hingesetzt, also ich denke, ich werde wohl hier den Weg wohl schon zurückfinden. Ja, das Problem ist, dass du nicht der Einzige bist, der Fackeln gesetzt hat. Nee, über der Erde meine ich. Draußen. Ach so, dass du hier wieder rein findest. Richtig. Gut, dann beeil dich mal, weil mir gehen die Fackeln aus. Ja, schön, ich muss jetzt trotzdem erstmal da zum Headquarter. Ja, schön, mir gehen die Fackeln aus. Ja, schön, ich muss trotzdem erstmal zum Headquarter. Toll, wir gehen die Fackeln aus. Ja, schön, mir geht zum Headquarter. So, jetzt bin ich am Headquarter. Schön, ich bin immer noch in der Todesspalte. Ich würde sagen, dann räume ich auch mal hier mein Zeug mal raus. Wäre was. Ja, also versteck dich da mal irgendwo erstmal. Ich bin zu glücklich, ich mach jetzt nämlich erstmal ein paar Kisten, mach ich hier. So, zwei Kisten. Wo stell ich den hin? So ein Mist. Stell ich oben, oder? Nee, stell ich da hin. Stell die doch zu den Öfen und so. Ja, hab ich doch schon. So. Böyle. Der travail der Schenke. Das ist falsch. Das Eisenpakt ist da rein, Goldpakt ist da rein. Wenn alles nicht weg ist, die Kohle da rein. Oh, schön, ich hab ja Stick in der Tasche. Ich reiß dich gleich deine Bühne auf. Das ist doch! Talent. Aber der Holz nehme ich trotzdem mal mit. Den Weg hätte ich dir schenken können. So, Holz habe ich in der Tasche. In der Täsch. Das hier unten ist übrigens Ebene 16,15. Der Boden der Killerspalte. So, war meine letzte Fackel. Ich war jetzt so frei, ich habe jetzt mal vier Stacks zur Fackel gemacht. Gib mal Gas, Kollege Schnürschuh. Ja, bleibt mal Honig hier. Trinkt hier einen Kamillentee. Sehr unentspannt in der Spalte. Wobei hier kein einziges Mob ist. Einziges Mob? Mob. Kein einziges Mob. Oh, komm ich da an, lebend. Wo bist du? Freitag nicht mal, wo ich bin. Ich bin auf dem Weg zurück zum Höhlenloch-Dings-Pirpel. Du hast die markiert, ne? Ja, hab ich. Dann darf schon was werden. Verdammt, wie geht denn der Shortcut fürs nächste Lied? Habt ihr den selber gemacht oder gibt's doch fertige? Bitte was? Nee, Shortcut fürs nächste Lied. In der Playlist? Ich hab dort bei Preferences festgelegt, den Key und dann einfach Playback Next. Und das habe ich mir als Global Hotkey gesetzt. Dann kann ich das hier immer schön weiter tunen, wenn ich ein anderes Lied will. Aber eigentlich bin ich gerade selbst zufrieden. Ich hab jetzt meine Frage nicht verstanden. Doch. So, ich hol jetzt hier den Lapis. Was war denn deine Frage? Meine Frage war, gibt's da schon vorgefertigte Shortcuts jetzt so? Nee, musst du selber hintranken. Gut, danke. Ich war nämlich zu voraus, zum Spiel rauszugehen und den Ding jetzt zu machen. Ich hab mir den... Kommen Sie mal hier, hier. Kommen Sie mal, hier. Ach, warte. Ich komm eben hoch. Wo bist du? Hey, Mike! Fackeln! Yay! Boah, was? Eine Stalte. Hast du Kuchen dabei? Nein, was ist mit Kuchen? Schade. Du musst nach oben gucken, da hängen überall Rohstoffe rum. Ja, ich bin ja auch dabei hier. Ich bin ja so ein Lava-Experte. Ich mach hier mal so ein bisschen... Vorhin hast du nur noch zzzzzz gemacht. Oh, da war er abgeburnt. Der Mr. Burns. Oh Gott, hier geht schon wieder in 50 Spalten weiter, ey. Ich dreh durch. Ey, da ist Eisen. So, so. So. Jetzt hab ich gleich hier mal zu. Ich hab jetzt 64 Eisen. Also so 5 Stacks Eisen sollten wir haben. Gingen wir dorthin? Na okay, wie viele Stacks haben wir schon? Komm, ich hab drüben jetzt, wie gesagt, nochmal... 56 in die Kiste gepackt. Okay. Ja, so gut. 3, 4 Stacks reichen. Lassig. 5 Frauen, wenn ich das schuhe, ist das größten Wahnsinnig. Da oben ist Kohle, die lasse ich jetzt auch mal weg. Du kannst mir mal hier hinten weiterhelfen. Da ist Eisen. Das hole ich mir. Und dann komm ich zu dir. Du musst da rechts abbiegen. Da, wo die Fackeln weitergehen, ne? Am Ende der Spalte. Mich wundert's, dass hier wirklich keine Monster sind. Nur ein Eisen? Das ist ja ein bisschen mager. Hier hinten sind ne Haufen. Oh, verdammt. Ach nee, ich kann ja... Ich mach mal, glaub ich, ne Crafting Table. Scheiße, ich hätte Eisen mitnehmen sollen. Nein! Wie viel brauchst du? Ja, hast du schon gebranntes? Warte mal, ich stell mal hier ne Dingens hin, den Ofen hin. Gebranntes hab ich nicht, nee. Für was brauchst du? Ja, ne Spitzhack machen noch. Ja, meine ist auch gleich kaputt. Deswegen, jetzt mach ich hier mal einen Ofen. Du hast aber noch das Eisen in der Tasche, ne? Äh, das Umgebrannte, ja. Ja, weil ich hab mein Gebranntes nämlich jetzt nach oben gepackt. Deswegen müsstest du mal herkommen, dann brennen wir mal ein bisschen Eisen hier oben. Schon unterwegs. Kann man noch ein Brot zwischen die Kaulleisten. Wo bist du denn? Da unten. Hopp. So. Hau mal hin, beide so jeweils die Hälfte rein oder so, dann brennt das schneller. So. Hast du noch ne Kiste hierher zu setzen, vielleicht? Joach, kann ich. Ich mein, die andere Kiste, da kommen wir ja jederzeit dran. Das ist ja nicht das Problem. Die Festplatte rödelt hier schon wieder. Wie blöde. Wo sind die zweite Kiste? Ich hab da zwei Kisten gemacht. Also ein Stündchen nehmen wir auf jeden Fall auf noch. Und, äh, dann schauen wir mal. Obwohl das lab ist, das packe ich da mal nicht rein. Kohle, Kohle, Kohle. So, kommst du jetzt mit, eben? Nein. Wartest du jetzt, bis das ausgebrannt ist. Du hast doch da genug Verspitzhacken. Genau. Ich darf ja nicht ausreden. Du hast doch da genug Verspitzhacken. Alter, Mann. Du hast doch da genug Verspitzhacken. Also, go, go. Okay. Genau, jetzt hab ich mir mal zweifelten. Wo bist denn jetzt schon wieder hin? Ja, ich bin immer noch hinter dir. Ich hab nur jetzt gerade verzweifelt versucht, mein Feuerzeug anzumachen. Ach so. Guck mal, wo wir hier sind. Ach zu. Ah, okay, da ist doch... Ach ja, das ist die Spalte oben. Genau. Gute Sache eigentlich. Weil hier hinten geht's weiter mit Eisen. Ich mach aber mal hier so einen kleinen Weg drin. So hier so einen Rand. Dass wir keine Diamanten finden, finde ich ein bisschen desaströs. Viel desaströser ist, als hat mein Feuerzeug alles. Ich hab jetzt aber auch kein blödes Feuerzeug, gerade in Reichweite. Doof. Na gut, dann eben. Dann auch. Oh, noch mehr Eisen. Und da hängt eine Fackel am Eisen. Warum das? Ja, weil ich die da hinten befestigt hab. So nach dem Motto, bau ab. Ach so, so, für mich quasi. Genau. Da ist mir gerade ins Auge gesprungen, da hab ich da die Fackel passend dran befestigt. Alter, hier geht's noch weiter runter und da ist ein Zwombi. Gut, dass der Olle mich nicht sieht. Und ich hab keine Ahnung, wo du jetzt gelandet bist. Ich auch nicht. Ach, da bist du. Wir finden uns irgendwie immer wieder. Hauptsache, wir finden immer wieder zurück in die Hauptspalte. Und... Ne Höhle. Ich wollte nur Gold abbauen und finde ne Höhle. Mann. Ey, du musst mal... Ey, das ist echt die Härte. Also, das ist mal ne Höhle. Doch nicht nur so ein Höhchen, ne? Ey, endlich haben wir mal ein bisschen Glück hier. Ich find das dort. Ich find das dort. Gut. Ja, ich find das gut. Wo sind meine Fackeln da? Hä? Warum hab ich jetzt schon wieder Crafty-Term? Hast du mir jetzt eine zugeworfen oder war das jetzt ein Bug? Ich sag doch, du hattest einen in der Hand. Du wolltest es mir nicht abkaufen. Nee, da war... Ach, dann war da wirklich ein Grafik-Bug. Von meinen... Dingen zwar leer. Bööö. Muss? Aber mit Bugs haben uns ja bereits angefreundet. Hm. Kein Einkaufs-Unden Bugs. Es ist nicht ein Bug. Es ist ein Feucht. Ja, ja. Genau. Eisen, Eisen, Eisen. Also Eisen haben wir dann echt genug, wenn wir hier mit der Höhle fertig sind. Hm. Und Kohle definitiv auch. Ja. Mann, bei dem Song darf ich mal gar nicht reden, Alter. Der ist so gut, ey. Einfach Klappe halten und genießen. Bei Cloudless, ja, ne? Ach, toll. Wobei der, äh... The Star of the Countdown ist auch gut. Weißt du was? Ich lass den jetzt mal noch auslaufen hier. Der geht jetzt noch eine Minute und so lange dreh ich mal die Full Volume ganz auf und man hört uns gar nicht mehr. Okay. Okay. Musik Musik Und es ist vorbei Mein Gott ist das toll Ich hab grad extra nochmal gestartet So bei mir läuft jetzt Winter Story Das ist auch gut Hör mal hab ich dich da grad gesehen Also ich bin grad auf Bist du in der Hauptspalte? Nee ich bin in so einer Nebenspalte All Intensive Server Activity Horted by Konsol Okay Äh ja Was hast du angestellt Mike? Gar nichts Ich hab nichts getan Hä? Okay also Unser besagter Hoster startet automatisch Immer ein Stop Lag Schön Ja Ja Wo 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 Ich hab die ja Ich dachte du wärst vom Pech verfolgt Zwei Aber jetzt ist natürlich das Problem Ist hier mal aufgefallen Das prinzipiell